Wunderschönen guten Morgen, die Janina ist heute hier, Piercingstudio Wermelskirchen. Jetzt haben wir gerade gesagt, es ist wirklich sage und schreibe dein erstes Piercing. Ja, genau. Ja, und was bekommst du? Es ist so ein Piercing. Wie lange hast du darüber nachgedacht? Boah, bestimmt zwei Jahre. Echt? So lange? Ach cool, okay, alles klar. So, ihr seid bereit? Genau, wir haben das infiziert, eingezeichnet, Sterien, Hinschüssen, Startklapp und dürfen loslegen. Ja. Und du hast keine Verstärkung mitgebracht? Nee, die wissen das nicht. Oh nein, wie geil. Okay, aber wir sind ja bei dir. Du bist nicht alleine, wir sind bei dir. Du hast gar keinem Bescheid gesagt? Nee, nur meiner besten Freundin. Okay, also das ist dann eine Überraschung, ne? Ja. Wie ist das bei mir auch? Egal, was in meinem Leben ist, meine Beste weiß auch immer Bescheid. Ja. Wenn wir dann mal Scheiße bauen, ne? Genau. Jetzt, genau, das müssen die dann schon wissen. Ja, das sehe ich genauso. So, dann dürfen wir starten. Also Zunge genauso schön locker lassen wie gerade. Wir fixieren jetzt erstmal die Position. Sobald der Punkt fixiert ist, hast du dann auch ganz schnell dein Zungenpiercing. Zunge schön locker lassen, nicht verkrampfen. Und dann hast du es auch ganz schnell geschafft. Und perfekt. Augen darfst du schließen, wenn du magst, dann siehst du nichts. Und dann hast du ganz schnell dein Zungenpiercing. Und Zungenpiercing ist gestochen und fertig. Da ist es. Echt lustig. Erste Piercing geschafft, Janina. Wie geht's gut? Ja, viele sagen kann sie ja gerade nicht. Aber sie hat Daumen nach oben gemacht. Das ist sehr gut. Dann machen wir den Schmuck drauf. So. Schmuck ist drauf. Wir setzen den Schmuck ein. Der Schmuck ist drinnen. Und da ist es noch. Zunge draußen lassen. Ist leicht am Zittern. Ja, ist aber auch normal. Das hat jeder. Das ist auch die Aufregung. Und jetzt hast du erstmal drei Kilometer Stange im Mund. Das wird jetzt erstmal ein bisschen umständlich. Ja, ist jetzt die 22 Millimeter Überlänge, die man auch benötigt, falls es zu einer Spellung kommt. Ab der dritten Woche wird es direkt gekürzt. Und auf deine schönen Zähnchen jetzt aufpassen, dass du dir nicht drauf beißt. Cool. Danke. Guck mal, bin ich nicht gerade. So, dann erzähl mal, wie war dein erstes Piercing? Du hast nicht gezuckt, alles im grünen Bereich. Harmlos. Sehr gut. Also was habe ich dir erklärt. Ja. Ja, perfekt. Sehr cool. Genau, noch einmal zeigen. Das ist jetzt die besagte Überlänge, die man benötigt, falls es anschwillt. Da bitte aufpassen. Wenn es nicht zu einer starken Spellung kommt, können wir auch auf der zweiten Woche kürzen. Meld dich auf jeden Fall. Schön, dass du da warst, Janina. Ja, das war's. Ja, das war's. Danke, das war's.